Hallo und herzlich willkommen zu Let's Play Happy Wheels! Mal wieder! Boah, ich weiß nicht mehr welche Folge das ist. Auf jeden Fall. Ich wollte mich entschuldigen für die gestrige Folge. Da war es am Ende ja ein bisschen komisch. Also ich habe gestern nicht auf die Zeit geachtet. Dementsprechend müsste ich dann mitten in einem Level einfach aufhören. Und ja, dann... Deswegen wollte ich mich noch mal entschuldigen auf jeden Fall. Das war ja Big Fail, würde ich mal sagen. Und dann würde ich mal sagen, fang mal jetzt mal an zu spielen. Wir haben ein User-Level-Browser. Loading-Levels. Dann Today. Und... Rating. So, don't move. Weil wir mal eins anschauen. Ja, okay, komm. Zum Start schauen wir uns mal einen don't move an. Okay. Okay. Wow. Oh Gott. Oh nein. Oh nein, Schatzi, Schatzi, wo willst du? Okay. Hier drüber. Jetzt hier durch. Ihr trifft mich nicht. War das geplant, dass die mich... Kriegen? Ja, das war geplant. Und gewonnen. Hi Honey. Service. Auf jeden Fall coole Idee. Aber es ist echt langweilig, dass man da nichts machen kann. Sword plus Rope plus Jet. Da bin ich mal gespannt. Okay. Kill to fall. Wen soll ich killen? Alle, oder? Na toll. Das Sword throw war gestern ja nicht so prickelnd. Versuchen wir das mal heute ein bisschen besser zu machen. Oh. Oh. Uhuhu. Da waren dann auf einmal alle tot. Da brechen wir mal die Beine. Aber egal, ich brauche nur die Hände. Oh nein. Oh, das ist wieder so ein fucking Level, wenn du da einmal irgendwo stirbst. Warte, wenn ich da nochmal dahinter schieße. Oh lord. Ich brauche hier gar nicht mal treffen. Das ist wieder so ein Level, wenn du irgendetwas falsch machst. Du musst wieder von ganz Anfang anfangen. Wie jetzt? Warte. Ich versuche mal wieder da hinten hinzuwerfen. Was ist, wenn ich jetzt da hinten wieder hinwerfe? Ihr Teufel, was stehen dir denn da überhaupt? Ah ne, ich bleibe jetzt nicht stecken, oder? Lebe ich noch? Boah man, das ist doch ein Scheiß. Jetzt komm. Hände hoch, Hände hoch. Und runter. Äh. Halt ich fest, halt ich fest. Ich sag's dir. Nein. Wieso komme ich da nicht durch? Weil die fertig hier mal gekillt. Jetzt da hinten einfach weg. Okay. Arme hoch. Komm schon. Komm schon. Fettack. Nimm ab. Don't move while moving. Ach so. Ich muss mich nicht... Ich darf mich nicht bewegen. Okay. Can you find the secret? Ja, den habe ich gefunden. Oh scheiße. Mann, jetzt komm schon. Du musst doch einfach dahinter werfen. Komm schon. Händerschwert. 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 Oh ja. Mann, was ist da? Ist so eine Wand? Komm schon. Oh. Jetzt aber. Spiele ich mich gerade wieder ein bisschen auf? Jetzt aber. Ja. Komm schon. Oh, bleib jetzt nicht stecken. Bitte. Dope move. Okay. Jetzt halte ich aber fest. Jetzt halte ich aber fest. Jetzt. Ja. 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 Was? Der war das Ziel. Komm noch einmal ey. Ich habe keinen Bock mehr auf diese Scheiße. Noch einmal. Komm jetzt versuchen wir mal die alle so zu killen. Nein. Nein. Nee, wirf lieber da hinten hin. Sonst geht uns die Schwerter aus. Ja. Nein. Lächte den Arsch von der fetten. Nein. Oh doch. Okay. Don't move. Don't move. Don't move. Und jetzt hier rüber. Dann komm schon. Oh, scheiße. Noch. Komm. Das letzte. Allerletzte Mal. Allerletzte Mal. Allerletzte Mal. Allerletzte Mal. Jetzt werden die alle gekillt. Don't move. Why falling. Okay. I hadn't moved. Okay. Dann. Go ahead first. Ah. Okay. Go ahead first. Ja. Das ist mir die Arme brechen oder was? Das ist doch ein Scheiße. Komm nächstes Level hier. Was ist denn das für ein Scheiß? You're an Assassin. Your job kill the old man. Kill the old man. You five seconds hold space when you fall. Okay. Wuhu. Wuhu. Save me. Okay. Wuhu. Ah, okay. Ich muss nur da hinten irgendwie. Your job kill the old man. Save me. Ah, dann geht's. Quick down here. Und jetzt gewonnen. Oh ja. Ah, das war das gleiche wie dieses kill Justin Bieber. Hm, langweilig. Push down? Try it. Wir nehmen wir nicht hier. Komm, nimm mal die Mutter. Die haben wir auch noch nie gespielt. Ah, okay. One, two, three, four, five, six, seven, eight. Ripper. Thanks for playing. Hammer. Einfach. Ah, einfach. Two balls level in one. Okay. Ah, wo muss ich hin? Next challenge. Okay, da hinten. Ich muss hier bloß die Tasten nicht vertauschen. Dead. Genau, leck mich, Alter. Leck mich. Und jetzt hab ich wer noch. Watermelon. Watermelon. Melon? Watermelon. Watermelon. Wo ist meine Wassermelonen? Ich hab Hunger. Jetzt komm, das müssen wir es schaffen. Nein! Nein! Das gibt's doch nicht. Jetzt aber. Nein! Klapp vorbei! Oh, wie soll man da reintreffen? Und jetzt? Du, vier Balls. Ja, genau. Komm, rollst du alle hin drunter. Nein! 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 Was? Lol! Ich bin nicht gestorben. Wieso hab ich das schon... Wie hab ich das jetzt gemacht, dass ich da nicht gestorben bin? Ich... Ja! Ja! Ahaha! Fail! Meine Fresse! Zwei Welle, kommt so her. Jetzt aber. Help! Okay. Okay, jetzt... Jetzt schaffen wir's. Jetzt schaffen wir's! Oh! Watermelon, komm her! Komm her, Watermelone! Das gibt's doch nicht! Jetzt aber! Nein! Wenigstens zwei Bälle hier. Lol. Die Hilfe könnte auch ein bisschen früher kommen. Jetzt kommen wir um Wassermelone. Zwei Bälle. Okay, dankeschön, Wassermelone! Jetzt aber. Hinten rein. Komm schon! Nein, das ist doch ein Scheiß. Two Balls, okay. Jetzt... Ah! Wieso trifft jemand diese scheißverfickte Balls, Alter? Äh, Dead? Sorry. Schau wieder! Das heißt, ich bin nur abgespackt, die Scheiße. Yeah, weiter hier! In das nächste Dead! Oh my God! Und nein! Wenigstens vier Bälle kommen. Nochmal zur Bälle. Jetzt müssen wir's aber schaffen. Wenn ich jetzt in ein Dead reinmahe, raste ich aus! Ganz ruhig, ganz ruhig. Ganz ruhig. Bleib ruhig da. Bleib ruhig. Bleib ruhig. Irgendwann wirst du's schaffen. Irgendwann. Du schaffst es schon. Das war knapp. Knapp. So knapp. So knapp. Komm, noch ein, zwei Mal und dann. Dann ist es aber wirklich zu Ende. Da hab ich ein Doppel-Death! Meine. Oh, das gibt's nicht. Komm, letztes Mal hier. Zwei Balls. Okay, wir haben noch Zeit. Wir haben noch Zeit. Und jetzt komm schon. Bitte! Bitte! Nein! Next level. Neon Pogo-Jump. Okay, Pogo-Jump. Versuchen wir's mal. Komm schon, komm da rüber. Pokémon jetzt! Ach, stresst bitte nicht, bitte. Stresst nicht, Pokémon. Bitte, stresst nicht, stresst nicht, Pokémon, bitte. Jetzt aber. Ach, Scheiße. Hier rüber und jetzt hier. Hoppla. Einfach. Einfach so gut, weil ich einfach nie. Und hier auch gleich. Ich bin nicht so weit gekommen. Ich bin nicht so weit gekommen. Scheiß Pokémon dadurch, dass ich sete. Ich habe mich schon, es gibt es noch nicht. Ich bin ein Gamer. Ich bin ein Gamer. Oh ja. Oh ja, Mann, Pogo-Jump. Ich bin ein Gamer. Ich muss da durch. Hey, Pokémon, wenn du jetzt nicht durchkommst. Oh, yeah. Komm schon. Nein. Oh, Mann, das... Jetzt so. Cheater. It's possible. Jetzt kommt was Schwieriges. It's... Nein, oder? Das ist ja nur so eine Verarsche. Komm schon. Schlenk dich da durch. Komm schon. Komm schon. Ja, Mann. Pokémon. Ja, komm. Oh, nein. Das ist doch ein Scheiß, Mann. Wie soll ich das schaffen? Tja, so schafft man das. Nein! Nein! Bitte nicht. Bitte nicht. Wie soll ich jetzt hier rauskommen? Verarschen. Noch einmal diese verwegte Scheiße, die Schwester. Komm schon hier rüber. Komm schon. Komm schon. Ja, komm. Ja. Komm schon. Hier durch. Hier durch. Ja. Leute, wie schnell ich das jetzt alles hier schaffe. Ja, komm. Ich glaube, ich schaff das nicht. Ich glaube, ich schaff das nicht. Oh, geschafft, Baby. Ich bin nur so gut. Komm jetzt noch ein bisschen näher dran. Jetzt machen wir die Raupisch hier. Hm, na? Ist ja jetzt so geil, wenn das nochmal mit der Raupung so wäre. Ja! Ja! Komm, drüber. Oh, ja, Mann. Loop. Kitty. Wie soll ich jetzt da durchkommen? Soll ich mich doch... Soll ich vielleicht oben überspielen? Komm, ich versuche mal oben hier... Nein! Ach so, Kitty Way. Okay. Mir scheißegal. Komm. Hardcore. Ah, scheiße. Wie komme ich da jetzt? Ah, komm, mach mal die Raupisch hier. Oh, scheißegal. Ich bin ein Kind. Kitty. Kind. Und drüber. Jetfall for Pros. Nein! Nein, nein, nein! Komm schon! Bitte! Bitte! Bitte nicht! Bitte! 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 Diese Scheiß. Ganz scheiße mache ich jetzt nicht nochmal. Pokémon durchs mich auf. New Cars for You. Wahrscheinlich wieder ein komisches Fahrzeug. Forward. Resist. Basebrake. Overdrive. Äh, look at this weather. Actually. Ah. Ah, okay. It's quick. A nice day for driving. Ah, so. Okay. Speaking of driving, how about making this recital start from 11 by Soviet Union. What if you don't wait and start off. Das war's. Fahre ich jetzt hier einfach nur rum. Ich hätte sicher auch ein bisschen mehr Anstrengung da irgendwie ein Level draus machen. Also ganz willig. Also auf jeden Fall. Das war's mit der Folge. Ich will jetzt nicht überziehen. Also will ich jetzt nicht aus Risiko noch ein Level anfangen. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Wenn ja, dann schaltet's ein. Abonnieren. Daumen hoch. Was auch immer. Um weitere Videos nicht zu verpassen. Ähm, ja. Tschüss. Ha!